A-A-A-A-A-Ainladung in die Fischfabrikettest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Oh Gott. Den schaffst du nicht. Sieh mal auf den Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund. Wenn's hier auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mach ich dich k-k-kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Ein Ranscher hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan hat Gott nochmal. Naja, macht dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Sieht so aus, als wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird sicher warten, bis er hat, was er von dir will, weil sie den Bauch aufschlitten. So, wir hatten doch irgendwas, ne? Was ich gerne haben wollte. Genau das. Das fand ich nämlich nicht schlecht. Ich werde dich mein ganzes Leben lang jagen. Also, meinst du das! Was ich im Namen? Aus ca Ghung? Alter, wie viel Verbandskästen wir jetzt hier haben. Wo bist du, du Kleiner? Schlanze. Äh, ich mein... Mine. Oh. Oh. Good job. Ich kann ja auch Warte, warte, warte. Oha, das wird nicht mehr. Alter. Ich glaube, wenn die einmal getroffen sind, wirkt das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ah. Es tut mir leid. Es muss so sein. Ich muss dich berühren. So. Okay. Noch eine müssen wir exsizieren. Danke. Immer doch gerne. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Wie wir hier suchten. Boah, ist ja aber schon cool aus hier. Oha. 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 Ist ja irgendwo wieder. Ah, da ist eine Kamera. Da ist noch eine Kamera. Was ist das? Was ist das? Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Sie kommt an diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe. Kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. Nein! Oh nö! 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 dann so aus benzerraus sagt er dazu danke wenn schon war aber den jahren so warte mal sind jetzt nicht kam raus oh nein da komm BAM Boah, war auch knapp. Scheiß Nala, ne. Oh. Wir können wieder hacken. Wunderbar. Ja, so langsam schon drehe raus hier. Ich weiß, man darf nicht so viele umdrehen, weißt du. Wunderbar. So, der fällt los. Tja, wir machen uns an. Ein paar hab ich ausgelassen, ne. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Brian und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. Was ist die Scheiß-Kamera? Oha. Oha, Big Daddy. Die Klospülung. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Boah, Jun. Ich war schon erschrocken. Wie viele Geschütze sind denn hier? Boah, jetzt schon wieder alles. Verbandskästen. Das ist normal, wenn man auch vielleicht spielt. Kann ich alle ganz mitnehmen. Oh. Was? Ich hab zu viel? Muni? Okay. Okay, achso. Das ist sowas. Ich darf kein Alkohol trinken. Hm. Ja. Er nimmt sich der kleinen und schwachen Kinder an, denn er ist stark. Sehr schön gesungen. Was ist das? Ist doch MG. Er ist... Mach auf, wenn du dir keinen Ärger einhandeln willst. Er ist stark. Oh, das ist die Kamera. Oh, jetzt passiert was, ne? Wir haben uns von dir abgemacht. Jesus Gott. Sullivan. Bist du Sullivan? Jesus liebt mich da. Ja. Genau. Oh, pass auf ihr Gegner mit der Kamera, um sie erforschen. Achso. Wo hast du die Kamera? Jetzt mach mir ein paar Fotos von dem... Noll. C. Schade. Wir steigen so auf, oder ne? Äh. Lass dich fotografieren. Mach Selfie. Wo ist er? Kann ich nicht heranzukommen? Kann man nicht heranzukommen. Sicherheitskamera. Achso. Kann man nicht heranzukommen? Du glaubst, du kannst mich austricksen. Hä, wo müssen wir jetzt hin? Runter. Ich bin einfach einsam. Ich bin allein. Mal. Wie die Mocken? Ich bin fein. Hey, wie geht das nicht? Security Burst, ey. Wenn Kreaturen hier vorn getroffen werden, werden sie von Kameras und Geschützen visiert. Was ist das? Ach so, das ist das. Ach man. Ah, schon das mal. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Gar nicht mehr so schlecht. Okay. Oh, Big Daddy. Oh, da war Big Daddy. Komm schon, Spann. das zieht der verein ab gar nicht gut sie hat nicht nur beschädigt sie erschafft ich kann die dns verändern gar nicht gesehen ein großer mensch als kleiner ein schwacher mensch als starker aber die schnecken allein sind nicht genug ich werde geld brauchen und noch etwas anderes als ob nicht alles schon schlimm genug wäre jetzt hat auch noch unsere wasserversorgung ein leck so wie es aussieht das bewässerungssystem von akkadia dringt mehr wasser als wir diese stadt gebaut haben die fotos die der karl haben werden schlägst du verschwinden also ich muss hier ja ja Scheiße, Alter. Natürlich störst du nicht. Du bist noch ein Baby. Wir sterben nicht. Äh. Bisschen fragwürdig, meine Dame. Wann muss ich? Bisschen fragwürdig. Ach du Weile. Wo sind sie denn? Die Todesstrafe in Rapture. Der Rad ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Wo ist sie? Hier wäre auch noch Film. Hey, da war doch was. Egal. Was ist sie? Was ist das ekelhaft? Was ist das? Patsch! Uh. Was? scheißwand hab ich hier geflogen ist nix alles klar wir können ja mal ein bisschen umschauen alles was wir sehen nachladen sagt das spiel lacht denn der wie lacht denn der ach du meine güte ha 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 nein gott es ist spät es ist spät ok hey ich sag was soll es so sein sommeres Limite erreicht Panzerbrechen. Warte mal. Dann nehme ich halt die. Und dann gehen wir halt nach da. Was? Äh, bitte was? Judas? Müssen die mal fallen? Au, die ist durch die Decke gegangen. Nein, 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 nein. Abbrechen. Was ist das hier? Ach, Lampen. Was? Aufheben. Wieso? Wo war das? Ich hab Brian kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klemmtner arbeiten in seiner vornehmen Bude an der Parktour. Der blute Gedanke, dass mein Frau und mein Sohn in diesem dreckigen Urboot stecken, ist immer unterbrochen. Hilf mir sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Geht. 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 So, mal kann das Gegner auch fotografieren, wie bei, äh, selber halt. Schrot, warte mal. Schrot ist... Hier die, ne? Was ist das? Alles klar. Oh, da tritt man noch einen, wa? Oha, Alter, wie ich das nicht gescheckt hab, ne? Und deshalb hat er hier das an. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontänschen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Schleim mal es nah. So. Oh, nee. Jo, alles klar. Weil, wie war das? Man kann auch im Totenzustand Fotos warten. Aha. Geil. Beim Durchsuchen eines Behälters oder einer Leiche kannst du noch einmal suchen, um etwas anderes zu überbeuten. Ey, das hört sich echt geil an. Wie war das denn? Geht nicht mehr. Okay. So, hacken wir mal. Äh, scheiße. Nein, 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 nein. Oh, boah. So. Ah, gut. Autowacker. Taken wir ihn. Alles klar. Ah, Limit. So. Das müssen wir mal Cut machen, ne? Also wir. Ich muss machen für heute. Ich weiß gar nicht, wohin. Bringst du dem alten Peach jetzt endlich seine Fotos oder bist du nur als Tourist hier? Wäre ich ja gerne, aber wohin? Oh, komm mal hier. Ich werde jetzt mal. So, ich müsste mal. Ist der Feind nicht mehr da? Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte, die Marxisten... Okay. ...und der 5-Jahres-Pläne entronnen zu sein. Jetzt weiß ich, ist noch einer. Aber als die Deutschen in ihrem Wahn sich dann in Hitler mit stürzen und das tausendjährige Reichserschaft... ...oh, die haben das H-Wort gesagt. ...begannen die Amerikaner von dem bolschewistischen Gift zu trinken. Das Riesen... ...das Riesen.